Hallo und willkommen zurück bei SnowRunner und unserem vergeblichen Versuch, den entsprechenden LKW zu finden, damit wir vorne durch den ganzen Schlammgedöns da rauskommen. Ähm, ja, also wir sind in der letzten Folge hinten rumgefahren, haben da noch was gefunden, ein Upgrade, noch eine Aufgabe. Jetzt wird es, naja, jetzt wird es, jetzt kommt es hier, jetzt geht es ans Eingemachte. Jetzt müssen wir hier entlang, hier hinten würde ich reinfahren, hier auf keinen Fall, das ist zu schräg. Äh, durch diesen Koloss an, der könnte da mit Sicherheit reinfallen, das Risiko möchte ich nicht eingehen. Deswegen, ähm, fahren wir mal so, wie ich denke, dass wir fahren können. Alter, was ein Monster! Und es ist halt immer noch die Frage, kommen wir... Warte, stopp, nein, das ist nicht der Weg, nein, 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 okay, alles klar. Ähm, dachte schon, das wäre jetzt ein bisschen schnell gegangen. Ähm, ja, die Frage ist, ah, kommen wir einmal jetzt durch die Abkürzung? Oder nicht, ja, nicht abkürzung, sondern Umleitung. Kommen wir durch die Umleitung mit diesem riesen Monster? Und das Zweite ist, kommen wir vorne durch diesen ganzen Knatsch- und Matschgedönster. Die kommen direkt Lastgang, ich mach da gar nicht rum, Lastgang ist mir burscht. Und wenn wir den dann nicht durchbekommen, ist natürlich schlecht, ne? Dann brauchen wir noch einen LKW, der quasi vor den Matsch sich stellt und so viel Power hat, dass der... A, Grip hat und B, das ganze Gespann rausziehen kann. Aber, ähm, wir lassen uns mal überraschen. Noch geht's ja hier. Mir stellt sich nur die Frage, kommen wir hier rum? Das war hier und da doch schon ein bisschen knapp, oder? Aber wir probieren's einfach. Es ist mir lieber, als dass das Ding hier runterrutscht und dann, ne? Wir probieren's. Wir versuchen's einfach. Und wir brauchen gar nicht überlegen, welcher LKW das schaffen würde. Der Arzoff macht das. Er zieht es. Ja, also, gar nicht hier anfangen, ja? Der ist halt echt so mega lang. Ich überlege, ob wir's vielleicht doch versuchen, da vorne entlang. In diesem Schneckengang. Kommt, wir probieren's. Das ist mir irgendwie tausendmal lieber, als dass wir da irgendwo... Ich komm ja hier schon kaum um die Kurve. Das wird da oben noch enger. Ah, wir versuchen's doch. No risk, no fun, oder wie war das, ne? Gucken einfach, dass wir schön langsam fahren. Jetzt, wenn ich ganz so viel schräg lage... Ja, der ist jetzt gerade über den Stein gefahren, oder? Jetzt ist mir schon ein bisschen... Mein Bob ist aufgrund heiß gelaufen. Ernsthaft. Ich hab grad gedacht, eben ist vorbei. Dieser scheiß Stein. Boah, komm, komm. Sieht gut aus, das sieht gut aus. Wir schaffen das. Jetzt hängen wir irgendwo. Mach keinen Scheiß, mach keinen Scheiß. Das war knapp. Das war knapp. Okay, den ersten schwierigen Part hätten wir. Boah, das ist doch die... Auf diese Schräge geklappt hat, aber... Ja, langsam, ne? Langsam... Die sagen da... Im Trailer sagen die da so einen Satz. Langsam ist... Ist sicher und... Sicher ist... Ich krieg ihn nicht mehr zusammen. Langsam ist geschmeidig und geschmeidig ist sicher, oder so. Irgendwas sagen sie. Und sie haben echt... Weg, 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 wenn du den Strom... Weg von dem Strom hast! Und sie haben halt leider recht, ne? Also... Oh Gott, Fels. Fels, Fels, Fels. Ja, komm, zieh den einfach da drüber, ey. Das ist doch dieser kleine Hügel da nur. Oh Gott, ey. Und das Schlimme ist... Ihr guckt ja nur zu, aber ich merke richtig, wie er zu kämpfen hat. Hat mega zu kämpfen. Er will eigentlich rechts rüber, aber er hält ihn einfach fest, ja? Jetzt will ich links rüber und das geht nicht. Wah! Warum gerät ihr so in Schieflage? Rüberfährt jetzt. Jetzt, komm, jetzt werd doch mal wieder gerad. Hör doch mal auf. Mit dem Scheiß. Wie weit haben wir es denn eigentlich noch? Gott sei Dank. Also, ich fahre eigentlich... Eigentlich fahre ich im Moment nur geradeaus und werde von links diese Schneewand einfach nur weggedrückt. Im größeren Kurvenradius habe ich das. Habe ich nicht. Ihr seht, das Reifen haben immer ein bisschen... Eigentlich da links zur Wand rüber, bis sie dann umgedreht werden. Und das Gewackel da hinten. Ich weiß auch nicht, was es da zu wackeln gibt. Haben wir so viel Vertrauen, dass er das schafft? Oder wollen wir uns schon mal Gedanken machen, mit welchem LKW wir ihn hier rausziehen müssen? Nein, 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 nein. Machen wir nicht. Wir machen uns keine Gedanken. Also, ich mache mir keine Gedanken. Er schafft das. Er schafft das. Er schafft das. Jetzt guckt mal, wie weit er das schon geschafft hat. Also, bitte euch. Er schafft das. Der schafft das. Ich bin da... Ich bin da voll... Voll guter Dinge. Der schafft das einfach. Der schafft das. Ich glaube da fest dran. Ich glaube da fest dran, dass wir das schaffen jetzt hier. Es ist aber auch ein Monsterhänger hier. So, und da vorne müssen wir jetzt echt mal gucken, wo wir langfahren. Also, ich fahre nur geradeaus. Ich lenke nicht, gell? Ich fahre echt nur geradeaus. Er macht hier alles selbst. Und das hatte ich hier auch vor, ihn machen zu lassen. Weil solange er geht, geht er. Ja, solange er vorwärts geht, lasse ich ihn. Ich drücke nur W. Lenke nicht, gar nichts. Ich lasse ihn fahren, weil da wo er Grip hat, da zieht er sich hin. Jetzt muss ich mal ein bisschen lenken, sonst sind wir nämlich gleich da oben im Schnee, da will ich nicht hin. Aber ansonsten, wieder nur weh, weh, weh. Jetzt kommt der schwierige Teil. Jetzt wird es sich zeigen, ob wir das Monster hier durchkriegen oder nicht. Ja. Jetzt schon los. Das weiß er mit dem Hänger geschuldet. Weil der einfach aufgesetzt hat. Der Hänger hat einfach aufgesetzt. Da mit diesen ausfahrbaren Füßen hat er aufgesetzt. Deswegen sind wir hängen geblieben. Einfach, weil es zu tief war. Aber krafttechnisch... Technisch schaffen wir das. Da sitzt der Hänger wieder auf. Ja, guckt, guckt. Er sitzt wieder da im Matsch. Er hängt wieder. Er sitzt auf. Also das ist das Einzige... Wo ich sage... Okay. Okay. Ja, das macht nichts. Das macht nichts. Wir haben ja eine Winde. Dafür ist sie ja da, ne? Und jetzt geht es ja auch wieder ein bisschen. Die Füße sind komplett im Matsch versunken. Die Tanks sitzen auch schon auf. Mit dem kleinen Baum da. Ich will den da vorne. Nein, hör doch mal auf. Dann müssen wir das echt wieder manuell machen. Den Baum hätte ich gerne. Ja, ziehen, ziehen, schön, ziehen. So, jetzt müssen wir gleich aufhören. Ja, ist wieder vieles frei da hinten. Oh, was ein Biest. Guckt euch diesen Azoth an. Oh. Geiler Sau. Haben zwar zweimal die Winde benutzt, oder sogar dreimal. Äh. Aber. Dafür ist sie da. Dafür ist sie da. Das ist ein Biest, ey. Jeder hat versagt. Jeder hat versagt. Geil. Ich hab gedacht, eben kippt er. Oh Gott sei Dank. Ich hab gedacht, eben kippt er. Wir fahren weiter eh so langsam. Wir fahren. Oder wollen ein bisschen schneller fahren. Ich weiß nicht. Ding ins Wanken kommt. Ist halt, ne? Wir sind Schwertransport. Fertig. Schwertransporte fahren so langsam. Schrauben. Alle. Das ist sauber. Ich weiß. Die ist so langsam. Ich weiß. Oh, die Kamera mit diesem langen Ding. Will ich ganz zu viele Steine mitnehmen. Ein paar nehmen wir mit, aber... Kamera hilft zu wackeln. Oh. Ich kann mir vorstellen, wenn wir hier mit voller Rache hochgefahren wären, hätte sich das Ding aufgeschaukelt bis zum Getnamer und wäre vielleicht noch umgefallen. Und dann? Ja, jetzt wird es Nacht, ich wusste es. Das ist eben schon getestet mit dem Licht. Ich bin ein bisschen geflogen. 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 Höhen langsam, sicher ist sicher, ganz soft. Haben wir da gerade was gesehen? Ich will jetzt nicht zurückfahren mit diesem riesen Ding, aber wir müssen nachher mal hier reinfahren. Der Kamera, Kamera. Kamera, Kamera. Das werden ja alles Bäume, die wegknicken würden. Ich will einen größeren Kurvenradius haben. Okay, das waren nur Steine. Wir werden den Kurvenradius so groß wie möglich nehmen. Schiff hier rumkommen. Ich will aber auch nicht an der Leitplanke hängen bleiben. Das ist voll das... Und warum? Ohne dass er wieder da in den Schnee fährt. Ja, sauber. Nice. Oh Hafen, wir kommen. Ich seh dich schon. Ich seh dich. Boah. Boah. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Also... Ja, man soll ja den Tag nicht vor dem Abend loben, aber... Wir haben es geschafft. Wo muss ich hinrennen mit dem dicken Schiff? Also wirklich nach hinten rein. Okay. Ah, dann würde ich mal sagen, wir gucken, dass wir hier so rumfahren und dann da abliefern. Oli, machen wir. Uiuiuiiuiui. Was ne Schneckenfolge. Oh, das wäre ein Titel. Oder Schildkröte? Ne, Schildkröte. Ne, Schneckenfolge. Die war in der Fahne. Uiuiuiui. sowieso Schneckchen hier Schneckchen auch mal da kommen Betonpfeiler an denen will ich eigentlich vorbei ich will aber auch an dem Häuschen jetzt hier nicht hängen bleiben wenn wir da so eine gesunde Mischung hängen... ah ja ok alles klar an den Betonpfeiler sind wir vorbei und an dem Häuschen eigentlich auch gleich aus, gerade aus... ahhh hier LKW-Erfahrung, ne? so jetzt könnten wir mal Spaß halbe soviel letzten Meter hier haben wir genügend Platz, hier ist große Fläche was geht mir das? Jungen, jungen, jungen hoch, 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 hoch boah was eine schwere Geburt ach das war's eigentlich schon ,das war nur das- das war die Lieferung , ok krass Lieferung für die Berge äh, äh... Bergfluss Vier Ölfässer. Vier Öl, Bergfluss, nach da oben. Nein. Pipeline ist Petro Bay. Wir hatten gesagt, wir machen erst hier in Vorplatz. Jawohl. Den da. Geht jetzt nicht, weil ich runter hoch... Geht nicht, weil ich habe ist wieder Petro Bay. Gut, dann müssen wir wieder zurück und uns den Großen hier den uns wieder die Britsche drauf montieren. Aber ich will da erst mal da rechts also jetzt links hinter der Brücke vorbeifahren. Ich bilde mir ein, ich hätte da was gesehen. Megageil, ich kann es noch gar nicht fassen. Ich kann es noch gar nicht glauben, dass der hier der kleine Atzov sich da durchgewuselt hat. Alles andere der Große, der Heavy Duty und was da alles für Viecher dabei waren. Wie heißt der denn jetzt schon wieder? Hier, unser Derry Longhorn hat versagt. Der White Western, den habe ich gar nicht ausprobiert. Der Royal BM-17, alle haben so versagt. Und dann kommt hier so ein kleiner Atzov um die Ecke, der hier und da mal was macht, ne? Hier und da mal ein Upgrade bekommt. Der lässt es alle im Regen stehen. Der macht es alle nass. Das war die Brücke. Oh Gott. Oh Gott, nee. Das war die Brücke. Bild mir eigentlich, hätte am Wasser was gesehen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt im Dunkeln wieder sehe. Nein. Okay, dann habe ich mich dann habe ich mich verguckt dann habe ich mich verguckt sehen wir eigentlich könnte ich mich auch in die eigentlich könnte ich mich auch in die Garage beamen können ja das Gefühl da ist was okay wer weiß was ich da gesehen habe keine Ahnung wir würden jetzt hier wohl mal ihren können oder Fritschenwagen montieren den hätte ich gerne danke so dann verlassen wir mal die Werkstatt wieder gucken dass wir was machen was wollten wir machen alles was hier ist Bohrplatz ist das ist noch hier genau dann brauchen wir einen Frachtcontainer den kriegen wir nur da mittelgroße Rohre kriegen wir nur da das kann ich mir nicht ganz wahrscheinlich hier okay Frachtcontainer kriegen wir auch da und hier kriegen wir doch auch kriegen wir auch Rohre oder sind das noch mittelgroße Rohre große oder kleine was sind das gleiches Symbol oder wir fahren mal mit dem Hänger zum Lager den Hänger der da noch rum steht ah ne den will ich nicht na nö ne ich dachte da wäre echt was naja gut festgefahren in den Bergen müssen wir auch noch retten das Lager geht tanke vorbei und dann ja hier tanke gar nicht hier vorne rein sondern hier einfach und dann ab zur tanke ja nimm einen Hänger mit nimm einen Hänger mit die da jetzt nirgends wo einen rumstehen den wir mal anhängen könnten außer den tiefen Ladehänger da ähm ein Britschen auf Flieger ne nein wo ist er denn da ne ist er das ja den da tiefladanhänger kauf den hätte ich gerne genau so am Logistikzentrum vorbei hier zur tanke äh wir sind festgefahren in den Bergen ist das eine Aufgabe die wir schon haben ja oh der muss da hoch der muss da hoch Lieferung zum Camp ne da ist das Auto und da muss er hängen achso ja ne ne das machen wir jetzt nicht machen wir jetzt nicht also hätte es jetzt besser gepasst dann würde ich es machen oh ich sehe da aber gerade was anderes wir sind am Ende der Folge ich bedanke mich fürs Zuschauen schön dass ihr da wart heute mal ein bisschen kürzer aber ähm was soll ich euch jetzt zwei Minuten noch Fahrweg zeigen ähm machen wir alles in der nächsten Folge vielleicht fahre ich jetzt auch schon da hinten in die Richtung ein bisschen dass ihr nicht ganz so viel fahren euch angucken müsst äh trotzdem oh die Nase juckt hier ein bisschen es gibt Geld wenn die Nase juckt gibt es Geld gell ach so jetzt nochmal vielen Dank fürs Zuschauen schön dass ihr da wart habt eine schöne Zeit lasst es euch gut gehen bleibt gesund und dann sehen wir uns in der nächsten Folge ciao mit V ARD Text im Auftrag von Funk